Test, Test, Profit, sind Sie da? Der Funk war offline. Ein EM-Impuls hat das Netzwerk lahmgelegt. Rasch ist verschwunden. Ich muss mich zuerst um ihn kümmern, aber Michael hat Ihre Befehle. Die Befehle Das ist der Wettbewerb. Zeph, bereiten Sie Ihre Männer auf einen weiteren Kampfvorrag. Mit neuen Regeln. Prophet, laut der Aufzeichnungen von Zell ist ein Mindcarrier der Zeph in Ihrer Nähe. Angesichts Ihrer Sensibilität für die Aliens sollten Sie ihm besser umgehen. Negativ. Die Zeph haben eine kollektive Intelligenz, einen Schwarmverstand. Alles dreht sich um den Alpha. Jetzt, wo er frei ist, warten Sie alle auf. Wenn diese Mindcarrier Teil des Prozesses sind, muss ich sie mir anziehen. Einen Schlafverstand? Sie haben eine Menge Alienmaterial in Ihrer DNA. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Achtung, Achtung, hier ist Turm 436. Stehen unter schwerem Beschuss. Passive Zephverbände kommen in unsere Richtung. Turm 436, hier Bodeneinheit Täter 1. Wir verstärken den Abwehrfiegel. Täter 1, hier Oberseite. Größerer Feindverband seert sich eurer Position. Ich zähle 8. Nein, 10 Einheiten. Turm 436. Wir haben hier ein ernsthaftes Problem. Haltet diese Bastarde mit schwerem Gerät auf, bevor sie uns überrennen. Abwehrsysteme bei 60 Prozent. Wir sterben hier wie die Fliegen. Was zum Teufel ist hier los? cold. inside. aus aus WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Da mir ein Fehler unterlaufen ist, ich habe außerdem das Mikrofon gemutet, deswegen die ersten vier Minuten auch jetzt leider kein Ton, beziehungsweise kein Gerede von mir. Mist. Ich hoffe, das macht euch nicht allzu sehr aus, müsste ich von dem Punkt nochmal anfangen, an dem ich das Mikrofon gemutet habe, müsste ich nochmal die Mission von vorne beginnen, deshalb habe ich das jetzt mal gelassen. Und weil das immer wieder zu spielen, ich dann nervt, geh weg. Hässliche Fratze, ey. Dann auf zu den nächsten. Da kommt noch einer. Mist. Zwei sogar. Mist. Mist, komm schon. Okay, der hat mich nicht alles. Ist weg, und... Der lebt immer noch, ey. Meine Güte, der hält richtig was aus. Dann holen wir uns doch mal. Und weg mit dir. Oh ja. Alles klar. Wir müssen uns jetzt vorsichtig abtasten. Weil ich glaube nicht, dass das die letzten sind. Und dazu sind die Zellen zu zahlreich. Zu vielreich. Gutes Deutsch mal wieder. So, Kopf weg. Einmal ein chirurgische Gehirn-Erneuerung. Beziehungsweise Entleerung. Hat auch nicht jeder. Und sogar kostenlos. Also, beschweren sollten sie es nicht. So, auch eine Erneuerung. Ja, ein schönes Facelifting. Immer gerne doch. So, und hier sollte ich jetzt vielleicht nochmal aufpassen. Ja, das ist nicht deutlich mehr. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Verdammte Axt. Das ist ein Problem. Habe ich mal einen Bogen raus. Und verstecke mich mal ein bisschen. Energie. Energie. Und da gehe ich mal auf die Jagd. Das ist ein bisschen vieler. Regenerieren. Da ist hier noch irgendwo einer. Nein, Gott sei Dank. Boah, meine Pfeile. Ich hatte nur noch... Okay. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist echt schön hart hier. Das sind aber sonst keine mehr, glaube ich. Ich hatte doch hier zwei Stück abgeschossen. Da muss der andere mit meinem Pfeil hin. Verschwunden. Schade. Tee, das Versteckspiel prägt hier leider nix. Ich verstehe das nicht. Warum verschwinden meine Pfeile manchmal? Cool. Alter, was denn das? Krasser Shit. Okay. Dann bewegen wir uns mal. Was ist das da? Da haben wir noch was zum Mitnehmen. Das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Ah, und Munitionsnachschub. Sehr schön. Können wir die Waffen wieder laden. Ähm, die zwei. Ich drücke die zwei und er nimmt sie nicht. Warum nicht? Na ja, gut. So, hacken wir das Ding mal schnell. So, was haben wir da drin? Na gut, das Ding, das haben wir schon. Das brauchen wir also nicht mehr. Da ist doch noch irgendwas. Oder? So, noch so ein roter Punkt. Egal. Gehen wir mal zu dem Objekt da hinten. dem Seth-Mindcarrier. So, gespannt, was das Vieh jetzt mit mir anrichtet. Ähm. Ja, was ist mit dem Alpha Seth-Jungel? Hey. Lass du dich bei... Verdammt. Da wollte er sich nicht dran krallen. Aber da... Raus hier! Nein! Psycho! Psycho! Ich hör dich! Brauchst du was? Nein. Wollt ihr mich nur melden? Bin in etwa 30 Minuten am Treffpunkt. Da stand 3 Minuten. Fail. Okay. Dann, Kontrollpunkt. Was ist da hinten? Das ist der Skin-Labor. Da haben wir nochmal was. Oh oh. Da wurden welche gegrillt. Warum find ich nix? Nanovision aktiviert. Da ist was. Ja, ich will wieder rein. Geht doch. Sehr schön. Mal kurz gucken. Was haben wir denn da noch? Vier Punkte. Brauchen wir irgendwas Spezielles. Das Ding gefällt mir ja irgendwie ja doch nicht so ganz. Wenn ich das nur hab, wenn ich die Panzerung auch aktiviere, weil ich aktiviere sie halt so gut wie nicht. Schnellere Tarnkürz. Schnellere Tarnkürz. Sprünge, Geringe und Tarnkürz. Ja, toll. Ich mach doch einfach mal das Ding. So. Nee, kann ich jetzt die Megasprünge koordinieren? Naja, keine Ahnung. 30 Megasprünge. 30 Kantengriffe. Ach, wurscht. So, da haben wir was, da haben wir was, da haben wir was. Keine Gegner. Das gefällt mir nicht. Dem traue ich nicht, dem Frieden. So. Schauen wir doch mal.